So, Metinus hast du ihn da rein. Baba-Memes. Rein in die Masse. Yo, 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 was geht? Willkommen zu einer neuen Folge von Baba-Memes. Alle anderen Meme-Tanels sind irrelevant. Viel Spaß mit dem Video. Wichtig! Die nachfolgenden Videos sollen keine Person in irgendeiner Weise beleidigen oder andere... Welcher Hurensohn schreit da? Orange, morange, lass das. ... alles dienen lediglich der Unterhaltung. Ich liebe mein neues Huren. Ah, du Hurensohn, du Hurensohn. Ich f*** deine Mutter. Er läuft einfach so weiter. Baby, como te llamas tu? Junior. Y amor, como te llamas tu? Miguel. Oh, nein. Ich hab's nicht verstanden. Der Typ hat einen Penis, die Frau. Erstmal necker essen mit Käsebronnen. Käsebronnen ist ja über die geile Idee. Wieso leckt das Video jetzt so? Yo, what the f***, man. Dankeschön, man. Wie viele Sprachen kannst du, Peter? Deutsch, Englisch, Bayerisch... Evangelisch und Katholisch. E-Mode-Time. Erstmal den Hund meiner Freundin ärgern. Yo. Oh, f***, man. Actually, gute Clips hierbei. Ich bin nicht im KDW, nur getrennt. Äh, der, äh, Pa... Pascha mit... Pascha mit... Pascha mit... Pascha mit... Tischtennisplatte. Der Moment, wenn deine Mutter das WLAN ausschaltet, weil es draußen schönes Wetter ist. Aber meine Mutter hat zum Glück sowas nie gemacht. Ein Ball ins Gesicht bekommen? Bin dann einfach rausgeschaltet. Einfach du im Gym. Ja. Ist auch unspannend. Boah, ich hasse das. Ich hasse das. Ja, das ist ja so, ne. Kennst du die Clips nicht? Oh nein, Digga. Das arme Kind. Das war's komplett. Woher wusstest du, dass ich ein *** bin? Die Wellensteinjacke. Und die Leute haben kein Geld für das Essen bezahlt. Ich habe in meinem Programm geschrieben, in Deutschland werde ich... Hä? Döner ist voll teuer. Bitte? Döner. Döner ist voll teuer? Ja. Würdest du da gerne was gegen machen? Nee. Okay. Wählt, ich mache Döner 2 Euro. Cardium's only for Bundeskanzler. Opa. Popsались грешники. Serien? Sie haben! Sie haben hier ähungerweise gedrückt. Und er ist der Freundscher. Und er ist der Freundscher. Ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden. Du kannst nicht aus. Du kannst. Hörst. Du kannst. Du kannst. Du kannst. Oh mein Gott. Hauchen Sie sich mal kurz an. Mal anhauchen. Husten. Ja, Alkohol. Jochheim und Merten. Auf den DHL-Fahrer ist immer verlassen. Das war in Köln. Der hat die Ringe pünktlich zur Trauung gebracht. Krass, oder? Ich werde niemals in der Kirche heiraten können, weil ich geizteils wegen Kirchensteuer ausgetreten bin. Mir auch. So ne Scheiße, Alter. Ich baue mir irgendwas eigenes. Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video aus California. Leute, da ist das gute Ding. Ist auf jeden Fall ganz nice. Hier natürlich ein Schloss. Ich kann euch wie gesagt keine Details nennen. Mit den neuen Fahrrädern geht's jetzt auf. Wer ist das? Kennst du ihn? Paluten, das ist mein alter Mitbewohner. Mit dem hab ich mal zusammen gewohnt. Echt? Der ist einer der erfolgreichsten deutschen YouTuber. Ja, also, der wohnt in München. Das? Ja. Und, ist das dein Type? Nein. Okay. Die Autobahn 57 nach Krefeld. Decker, er ist einfach auf Autobahn gefahren. Oh, oh. Au. Au. Was ist das passiert? Mit meinem Ex-Freund. Wir sind so Fahrrad gefahren und er guckt auf sein Handy so. Ey. Seinen Namen so gesagt, ne? Und er fährt einfach voll gegen so ein Auto. Aua. Aua. Smokedans battle gegen Polizist. Aua. 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 Also, entweder hast du in der USA die Möglichkeit, dass die mitmachen oder sie schießen dir in den Kopf. Aua. 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 Die Fernseherte aus einer meiner Klasse, auch der Kai. Es ist... Es ist Sparta! Geht mir von einer Situation, die euch klargemacht hat, dass Frauen nicht gleichgestellt sind und stitched es. Ist es ein Mensch oder ein Junge? Junge, Alter, Drecksuser. Der höchste Jump in 2021, Let's Go. Yo, what the fuck, man? Alter! Hä? Was passiert? Irgend so ein kleines Ding. Achso, no! Hey, erst auf! Du verliebst das alle Farben vorgestern oder gestern. Was habe ich gemacht? Bei diesen, bei diesen... Aber das war noch Rollerfahrer, wo du dich so beschwert hast, weil die so langsam vor uns gefahren sind. Ja, zu Recht, Alter. Aber er ist so ausgerastet. Unnormal. Ich bin komplett ruhig geblieben. Genau so. Ich bin komplett ruhig geblieben. Ich bin komplett ruhig geblieben. Das kenne ich schon. Ach, den Move oder was? Nein. Hast du das auch schon mal gemacht? Hey, Mann, Mann, was hast du immer dabei? Hast du gar nicht. Was hast du immer dabei? Carbri. Carbri mit Strohheim. Weil die Halis äh, die haben Papps-Shohje gemacht. Hey, Mann. Fuck. Fuck. Oh, 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 oh. Das bist einfach du. Das bist einfach du. Das bist einfach du. Holy shit. Oh mein Gott, das bist sowas von du. Kann ich in der Story nochmal gucken, ob ich gut aussehe? Ja, aber nur, weil er macht immer so richtige scheiß Winkel mit so Filtern, die einem so aussehen, dass sie so eine Erdnuss. Also wirklich. Wie eine Erdnuss? Ja, das war immer so. Der kann dein Kopf sehen aus wie eine Erdnuss, immer. Der kann dein Kopf sehen aus wie eine Erdnuss, immer. Was hast du für einen Abyschnitt? 1-0. Was sagen die, die immer lügen? Ich habe eine Zeit lang mit dem Spiel so persönliche Gespräche gehabt. Was hast du denn gesagt? Warum klappst du, du verdammt nochmal, du Penner und so? 10 Minuten später, als ich das Gerät aufgemacht hatte, alles auf den Boden. Es kamen Zeiten, wo ich wirklich ein Gerät eingehauen habe. Es geht nicht darum, dass ich aggressiv bin oder so, aber das ging mir so auf Neppen, weil ich dachte, ich werde psychisch dadurch ballerballer. Döner Real Talk, Mann. Aber ich habe es geschafft. Guten Morgen, Schiller und Schiller, wenn ich jetzt eine Durchsage habe. Das ist echt so. Keiner versteht's? Nein, guck nicht. Guck mich so. Was machst du die ganze Zeit? Ich habe mich im Spiegel angeschaut. Was machst du? Da ist eine Kamera. Fuck, ich bin so fucking spawnt, Mann. Mr. Cratch, ich sage Ihnen, er ist unschuldig. Was hast du denn jetzt vor, Cratch? Gleich weißt du es. Nice to meet you. Oh, dicker, die das. Loredana Nono. Magst du generell nicht ihre Musik? Bitte? Magst du ihre Musik generell nicht? Ach so, das nice to meet you hält man sich sparen kann. Ja, das mag ich auch nicht, aber generell so. Ist nicht mein Type, höre ich nicht. Aber ich bin ein Ausländer und ich habe einen eigenen Drucker zu Hause. Yo. Ja, ich habe einen Drucker. Nicht mal ich habe einen Drucker. Der steht hier, aber der ist hier angeschlossen. Keine Tinte. Immer blau ist leer. Immer ist blau leer. Immer ist blau leer beim Drucker. Ich hasse das. Das macht mich so sauer. Immer ist blau leer beim Drucker. Es tut mir leid. Es ist eine persönliche Geschichte bei mir. Ja. Meine Eltern richten das auch mal auf. Alles klar. An alle Studentinnen. Wenn ihr irgendeine Projektarbeit ausdrücken müsst, meldet euch bei mir. Ich mache es euch. Gratis. Schaut mal wie high society ist. Der ist der Drucker. Der hat sogar Touch. Der hat... Ich will noch eins gucken. Die sind sehr lustig.